Guten Morgen, eigentlich sollte es das zweite Video jetzt werden. Aber es wird jetzt halt das dritte. Dabei handelt es sich um Watson My Apple Watch Nummer 24. Ich starte die Apple Watch Synchronisierung. Das hier ist mein Ziffernblatt. Da sind die Zahlen rings um das Ziffernblatt angeordnet. In der Mitte steht der Tag und das Datum und unten die Aktivitätsringe. Und hier sind meine ganzen Apps. Telefon, Mail, Nachrichten, unter anderem Aktivitäten, Einstellungen, Wetter, Herzfrequenzmessung, Bücher. Schasam unter anderem hier unten, Kontakte, Ein Übersetzer, Remote, das ist glaube ich für eine Fernbedienung, Taschenrechner, Kamera. Dieses Ohr hier, was so gelb ist und wie ein Ohr aussieht, das Symbol, hat wohl mit Hören zu tun. Ja, Bücher, habe ich schon gesagt. Das hier ist wohl die Podcasts App war das. Und sonst habe ich eigentlich nur noch verlaufen und so Apps, also jetzt nichts mehr viel Spektakuläres. Dann danke ich euch fürs Zusehen bei diesem eher kurzen Video und sage bis bald. Tschüss. Es wird gleich auch noch ein Quiz-Toy-Let's-Play kommen mit der Nummer 310. Also seid gespannt, gegen wen ich da spiele. Also bis dann.